Wenn ihr beide Rejewstäbchen abnehmen wollt, dann machen wir das folgendermaßen. Umschlag und wir suchen uns die nächsten beiden Stäbchen. Wir gehen mit dem Haken unter beide Stäbchen. Dann holen wir das Garn, ziehen das durch und häkeln unsere Rejewstäbchen ab und häkeln dann die Rejewstäbchen weiter. Und so entstehen dann die Abnahmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.